Liebe Jäckinnen und Jäcken, herzlich willkommen zur konstituierenden Sitzung unseres Cannabis Social Club. Alle tollen Tagen, da ist alles so schön bunt. Kann losgehen! Ja, check, grüß dich. Schön, dass wir uns gewissermaßen mal wieder treffen. Wir machen wir hier immer wieder Stunk. Wir sind noch da, hurra! Ich mach uns einfach schnitt. Alle tollen Tagen fühlen wir uns wie frisch verliebt. Es ist so wichtig, dass solche Tage blieb. Wer hat denn da die Richtlinienkompetenz? Ich. 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 Aber heute wollen wir feiern. Altbewährte Vorgänge kehren wieder zurück. Denn eines steht fest. Wir werden die da oben nerven. Ein Beispiel. Buhn-Huppel, was machst du denn da schon wieder? Eine Therapiestunde. Das ist eine erste Angelegenheit. Ein tollen Tagen ist unser Lachen. Ey, Mama, platzt du Bauer. Ich muss hier durch. Möp, möp. Wir harmonieren da eigentlich ganz gut. Ja, und was mit dem Faktencheck? Ab ist das? Ein tollen Tag. Da sind wir alle jetzt. Hello! Wer will sowas? Dagegen ist der Vatikan. Ein Hort der Basisdemokratie. Was mich nicht umbringt, dosier ich nächstes Mal einfach höher. Dann stellen wir die Eierhorgel auf Autopilot und dann machen wir uns einen richtig schönen Abend. Vielen Dank. Und damit kann man sagen, hier herrscht Verunsicherung zurück ins Studio.